Das Postfach füllt sich mit Belegen, Rechnungen, Verträgen. Als Unternehmer gibt es unzählige Informationen und Dokumente zu verwalten. Das kann ganz schön aufwendig und frustrierend sein, aber nicht mehr lange. Das FS-Starterpaket von Feigle bietet Ihnen einen unkomplizierten Einstieg in die digitale Verwaltung von Dokumenten und Daten. Sie wollen täglich eingehende Dokumente digitalisieren und lästige Papierberge abbauen? Einfach einscannen und im Handumdrehen digitalisieren. Die Dokumente werden Volltext indiziert und mit Metadaten ergänzt sortiert. Dies erlaubt es, Informationen ohne großen Aufwand automatisiert abzulegen und später wiederzufinden. Mit dem FS-Starter-Rundum-Sorglos-Paket können Sie digitalisierte Dokumente und deren Informationen in jedem Format ganz einfach innerhalb des Management-Systems speichern. Damit sind Ihre Dokumente optimal strukturiert für perfekten Überblick und Weiterverarbeitung. Ob im Homeoffice oder unterwegs, Sie haben via PC, Mac und Smartphone von überall zuverlässig Zugriff. Sie sind ein Unternehmen und gerade am Wachsen? Das FS-Starter-Paket beinhaltet bereits einige Prozessvorlagen. Freigabe von Kreditorenrechnungen, Bewerbungsprozesse, Offertengenehmigungsprozesse, Vertragsverwaltungen, Projektworkflows, Beschwerdemanagement, generische Freigabeworkflows. Ist aber flexibel ausbaubar und in verschiedenen Stufen skalierbar. Gehen Sie jetzt den nächsten Schritt und optimieren Sie Ihre Prozesse im Handumdrehen mit dem FS-Starter-Paket und den Digitallösungen von Feigle. Feigle begleitet Sie professionell in die Zukunft.